Hey, schön, dass du hier unten angekommen bist. Ich möchte noch was Persönliches sagen. Ich bekomme öfter mal die Frage gestellt von Interessenten, von Menschen, die sich für Reiki, Energiearbeit und Selbstcoaching interessieren, die aber noch unsicher sind. Von solchen Menschen bekomme ich die Frage gestellt, glaubst du, dass ich schon so weit bin? Bin ich wirklich schon so weit? Ich kann dir nur sagen, wann bist du so weit, ins Wasser zu springen, wenn du es tust. Hör also einfach auf dein Bauchgefühl. Schau, was gleich passiert, wenn dieses Video vorbei ist. Wenn du merkst, du hast den Impuls, dich hier anzumelden, tu das. Wenn du merkst, du möchtest woanders lang gehen, fein, wunderbar. Wenn du Lust hast, dich anzumelden, du weißt, es geht bis 11. Oktober und so lange gibt es die gesenkte Aufnahmegebühr und die Wahlgeschenke dazu. Und ich freue mich, wenn ich dich nachher im Mitgliederbereich wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe. Ciao.